... und die Weißen, weil ich ein Indianer war. Es war grauenhaft. Pony-Kundschafter und Soldaten knallten ab, was ihnen vor die Flinte kam. Shadow! Bruder, hör doch! Ich muss mit dir reden! Dreckiger Hund! Die Kugel für dich kann ich mir sparen. Du wirst aufgehängt. Wie mir zumute war, kann ich nicht beschreiben. Ein Feind ermordet meinen besten Freund und rettet mich dadurch. Warum liegt einem so viel daran, in so einer verrückten Welt zu leben? Schöpfe! Schöpfe! Deswegen hatte Shadow dort im Gebüsch gesteckt und deswegen hatte er auch so verzweifelt gekämpft. Da saß ich nun und sah zu, wie das Baby auf diese Welt kam. Alles ging fast lautlos vor sich. Nur der keuchende Atem der Frau war zu hören. Aber sie war ja selbst noch ein Kind. Ein Mädchen mit ihrem Neugebore... Oh!